Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, heute direkt aus Las Vegas. Ja, wir haben das Studio mitgenommen und sind jetzt in Las Vegas in den USA. Es ist echt gutes Wetter hier. Wobei, ne, ich schau grad, ne, ne, wir sind immer noch in Deutschland. Okay, nein, Leute, wir sind immer noch hier, selbstverständlich. Heute mit einem einarmigen Banditen von Great Gadgets. Ein Fun Toy, also ein Sparspielzeug. Das ist natürlich ein Spielzeug, nichts echtes. Das ist keine Stock Machine aus Las Vegas. Wir sind hier kein Casino oder so. Und wir möchten dazu einigen hier auf gar keinen Fall, Leute. Aber das ist hier was super Witziges. Kann in der einen oder anderen Challenge mal bei uns auftauchen, wird es wahrscheinlich auch. Ja, ich würde mal sagen, mit dem Einsatz eklige Bohnen. Und wir möchten das Ding mal heute auspacken und direkt mal testen. Natürlich geht das nicht mit echtem Geld, selbstverständlich nicht. Das geht nicht. Das ist auch nicht gut, glaube ich. Aber so ein Spielzeug, ja, da geht's doch, finde ich. So, und wir schauen uns das jetzt mal ein bisschen genauer an und funktioniert wie die Spielautomaten in Las Vegas. Jackpot bei Spielen mit nur Bar- und Sieben-Symbolen, mit Original-Casino-Licht- und Sound-Effekt. Ein Casino, das wisst ihr ja, ist erst ab 18 geeignet. Das Ding ist jetzt ab 8 Jahren geeignet. Einfach den Hebel ziehen und das Spiel beginnt. Münzen jederzeit auch manuell auswerfbar. Da sind 25 Spielmünzen, also das ist hier ein Spielzeug. Natürlich brauchen wir auch Batterien, Leute. So. Hier geht wahrscheinlich auch nichts anderes rein, außer Spielmünzen. Und wir machen das Ding jetzt auf. Wow, 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 wow. Wow. Da hat die Kamera drunter jetzt gelitten. Gehen wir ein bisschen nach unten, Leute. Denn wir packen das Ding jetzt mal aus. Es scheint echt ziemlich groß zu sein, muss ich sagen. Aber um echt zu sein, kommt es auch nicht raus. Doch jetzt. Wow. Oh, der ist echt schwer. Ja, okay, doch nicht. Doch, der ist schon schwer. Leute. Ein einarmiger Bandit. Oh, okay. Sehr, sehr interessant. Also der funktioniert schon mal, aber sind hier schon Batterien drin? Anscheinend. Wie gesagt, von Great Gadgets, Leute. Win now. Wir brauchen wahrscheinlich für die Sounds, brauchen wir wahrscheinlich noch ein bisschen was. Ja. Und was kommt hier rein? Kommt hier die Münzen etwa wieder raus? Sonst? Machen wir mal wieder zu. So. Und das ist hier unser einarmiger Bandit. Hier mit Lichtern. Und hier oben auch. Vielleicht gehen wir mal wieder ein bisschen nach oben. So. Hier auch mit dem Schriftzug. Welcome to Fabulous Las Vegas. Kennt ihr vielleicht aus Filmen. Ne? Und man kann das hier halt testen. Aber ich glaube mit Sounds ist das viel, viel witziger. Deswegen packen wir jetzt hier auch Batterien rein. So. Batterien sind drin. Ich schaue mal, ob ich das irgendwo noch... anmachen muss. Nein, ich glaube nicht. Das müsste jetzt eigentlich passen. So. Und wir haben natürlich jetzt auch die Münzen hier. Die Spielmünzen. Kommt hier ran und mal gucken, ob wir was gewinnen werden. Nö. Mann. Nö. Man kann das natürlich auch... Ah doch. Ich war reich. Da ist was rausgekommen. Da. Die Münzen, die wir schon vorher ein bisschen reingelegt haben. Da habe ich ja auch gewinnt haben. So. Ich tue mal jetzt noch mal ein paar rein. Die kommen ja direkt wieder raus. Achso. Wir müssen glaube ich noch mal. Damit das unten nicht auf ist. Na. Aber ihr habt es gehört. Jetzt. Jetzt kommt es direkt unten raus. Hm. Komisch. Oder müssen wir sie hinten reinziehen? Das kann ich nicht. Nein, das kann nicht sein. Nö. Ich glaube nicht. Aber versuchen wir nochmal unser Glück. Oh, das sind drei Kirschen. Zumindest. Und man gewinnt so mit sieben oder Barstand hier. Ja, super. Jetzt bleibt es gar nicht mehr drin. Also man merkt auch, es ist ein bisschen wackelig. Einen Versuch noch. Ne. Hat nicht geklappt. Leute. Der einarmige Bandit von Great Gadgets. Äh. Casino-Slot-Maschine. Aber wir sind hier natürlich kein Casino. Und wir möchten auch nicht animieren zu sagen. Ey, geht uns Casino. Auf gar keinen Fall. Äh. Aber es macht hier zu Hause sehr, sehr viel Spaß. Weil es halt ein Spielzeug ist. Leute, was sagt ihr dazu? Vielleicht für die Party zu Hause. Äh. Sieht es auch cool aus. Oder es sieht auch allgemein so ein bisschen als Deko cool aus. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach unten. Wenn es euch gefällt, daumen nach unten. Wenn ihr sagt, nee, möchte ich nicht. Find ich blöd. Dann auch gerne einen Daumen nach unten. Danke, dass ihr das Video bis zum Ende angeschaut habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Am besten noch abonnieren und auf die Glocke drücken. Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Kahn. Ciao.